Noch 10 Tage, dann werden sowohl die Finalspiele der Fußball-WM in Brasilien angepfiffen, aber auch das Stadtfest in Ludwigshafen. Zum ersten Mal findet das im Juli statt, und zwar vom 11. bis zum 13. Die Veranstalter rechnen mit etwa 230.000 Besucher und geboten ist wie immer einiges. Zum Beispiel 60 Stunden Live-Musik. Wir mit dem RNF Action Truck sind natürlich auch wieder dabei, mit 8 Bands auf dem Rathausplatz. Und wir schauen jetzt mal rein, wie das Programm so aussehen kann. Sensa Limiti, italienischer Musikspaß ohne Grenzen. Die Band aus der Region gibt am frühen Freitagabend den Ton an und ist damit Auftakt für den Pop- und Rockmarathon im Schatten des Rathauscenters.